Bitte gib meinen Videos keine Dislikes, da ich sonst eine Pause von einer Woche machen will. Ich mach meine Videos um mehr Abonnenten und Likes, aber nicht dieses, was man im Bild sehen kann, zu bekommen. Please do not give my videos dislikes, because then I won't upload videos for one week. I want more Subscribers and Likes, but not this, but to show in this picture. www.Solid.com Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020